Intro Herzlich Willkommen Leute zum nächsten Adventskalendertürchen zum 10.12.2015 Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute gibt es mal was anderes Das habe ich aber auch schon angekündigt vor geraumer Zeit Dass ich auch diverse Figuren in den Adventskalender packen möchte Und heute gibt es ein Amiibo und zwar den guten Olima Amiibo Der sieht ungefähr so aus, wie ihr da rechts das Bild seht Das Bild ist natürlich sehr groß Und zusätzlich, es gibt noch was zusätzlich, gibt es nochmal eine Version von One Piece Weil ich hatte ja One Piece und Street Fighter verlost Aber One Piece kam so um einiges besser an, dass ich da noch eine Version raushauen möchte Weil ich ja leider nur einen Gewinner ziehen konnte So, aber jetzt erstmal zum Amiibo Wer von euch hat denn hier mal die Pikmin-Teile gespielt? Das ist ja damals auf dem Gamecube gewesen, das ist schon wirklich lange her Ich habe mich auch sehr gewundert eigentlich, dass der Olima Amiibo so früh announced wurde Ich hatte den eigentlich schon später mal wieder vergessen nach der Pikmin-Reihe War aber eine sehr schöne Spiele-Serie, auch bei Smash ist er ja jetzt dabei Und wer von euch kennt Pikmin denn noch? Oder wer von euch sammelt denn Amiibos? Gibt es einen von euch, der eine Wii zu Hause hat, also eine Wii U und Amiibos sammelt Und sich vielleicht darüber freuen würde? Ich würde ihn auch unterschreiben, wenn es gewünscht ist Das hatten letztens schon viele bei der Maus und bei dem Headset angefragt Ja, bei dem Amiibo kann ich es machen, weil den habe ich halt hier zu Hause liegen Also das könnte ich auch sehr, sehr gerne machen Aber, so, wie gesagt, sagt mir bitte Bescheid Oder lasst es mich unten in den Kommentaren wissen Wer von euch Amiibos sammelt Wer vielleicht Pikmin kennt Oder wer den Amiibo noch gut gebrauchen kann Und schaut heute Abend oder heute Nachmittag wieder im Stream vorbei Dann hauen wir da nochmal fix eine One-Piece-Version raus Ja, so haben alle was davon Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben Das ist für mich Resonanz für den Adventskalender Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Und viel Spaß Bis dann, ciao!